Dass man an heißen Tagen mehr Wasser trinken sollte als sonst, hat euch mittlerweile fast jeder Fitnessspezialist erzählt. Deswegen gibt es von mir vier weitere Tipps, um an heißen Tagen möglichst effektiv sein Training durchzuziehen. Tipp Nummer 1. Wähle die richtige Kleidung. Entscheide dich für atmungsaktive und leichte Kleidung, die den Schweiß ableitet und die Luftzirkulation fördert. Tipp Nummer 2. Passe dein Trainingsprogramm an. Es geht nicht darum, persönliche Bestleistungen und Rekorde aufzustellen. Passe also entweder deine Gewichte, deine Wiederholungszahlen, deine Satzzahlen oder deine Pausenlängen an. Tipp Nummer 3. Kühle dich vor dem Training ab. Damit du deine Körpertemperatur schon vor dem Training abkühlst, kann es Sinn machen, mit kaltem Wasser zu duschen oder dich mit einem kalten Handtuch zu erfrischen. Tipp Nummer 4. Trainiere zu den richtigen Zeiten. Tipp Nummer 4. Versuche entweder früh morgens oder spät abends zu trainieren, denn das sind die Zeiten, die in der Regel die kältesten am Tag sind. Tipp Nummer 4. Versuche entweder die Körpertemperatur. 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 Vielen Dank.